guten abend und herzlich willkommen zu der patienten veranstaltung zum thema chronisch entzündliche darmerkrankung mein name ist bruno giardina ich bin präsident von chronpolitisch schweiz chronpolitisch schweiz ist die schweizerische morbus chron und politisch ulcerosa vereinigung wenn uns noch nicht kennt kann ganz viele informationen zu uns und zu den krankheiten und zum leben mit diesen krankheiten krankheiten auf www chron-politis.ch finden ich freue mich dass schon ganz viele in dieser veranstaltung online sind und möchte bevor wir starten noch kurz danke sagen und zwar unseren sponsoren die uns immer tagkräftig unterstützen jedem einzelnen von ihnen ein herzliches dankeschön für die unterstützung nur so ist es möglich so events durchzuführen dann möchte ich auch schon danke sagen den ärzten die immer wieder mit uns zusammenarbeiten und ein sehr grosses engagement zeigen auch heute abend wieder fünf ärzte die uns unterstützen diesen event durchzuführen und am schluss noch danke dem ibd net für die hilfe bei der unterstützung und durchführung dieser events heute abend haben wir ein programm mit vier referate wir haben zwei kleine sachen angepasst oder umgestellt zum ursprünglichen programm und zwar das eine betrifft die reihenfolge dieses thema begleiterkrankungen bei chronischen sündlichen darmerkrankungen wird jetzt am anfang gemacht professor dr gerhard rockler wird das durchführen danach werden wir dr pascal frey hören zu den möglichen therapien und behandlungen von entzündlichen darmerkrankungen danach wird dr lüg biedermann zum thema zukünftige therapien was können wir erwarten und zum schluss wird dr jonas zeit über das thema darmspiegelung vorbereitung dazu tipps und tricks referieren immer wieder dazwischen werden wir die wichtigsten fragen beantworten und am schluss eine grosse fragerunde machen moderiert wird der heutige event von professor dr stefan barrika und ich freue mich ihm nun das wort zu übergeben und wünsche ihnen allen ein spannendes und hilfreiches webinar dankeschön über bruno herzlichen dank für diese freundliche einleitung genau es ist auch mir eine grosse freude jetzt hier mit ihnen diese vier interessanten themen sprechen zu können sie haben unten in der leiste so eine fnde möglichkeit das sind fragen und antworten benutzen sie das bitte auch regelmässig wir werden im verlauf von diesen präsentationen wahrscheinlich immer wieder auf ihre fragen zurückkommen und werden versuchen dann die zu beantworten wir werden kurze fragen nach den präsentationen erlauben aber eigentlich ist vorgesehen dass vor allem nach diesen vier präsentationen dann generell alle fragen die sie auch sonst noch zu diesem thema haben dann beantwortet werden vorgesehen ist eigentlich dass wir nicht länger oder viel länger als acht uhr haben aber das werden wir dann sehen so wie ich diese veranstaltungen kenne dauert es manchmal doch noch einiges länger als dann bis acht uhr aber ich glaube halb neun ist für mich auf jeden fall schon dann die schallgrenze später als halb neun dürfte es dann nicht werden und deshalb starten wir gleich mit dem ersten vortrag ist mir eine grosse freude gerhard rogler vorzustellen gerade hat er schon sehr sehr häufig an diesen veranstaltungen gesprochen er ist direktor für die klinik für gastroenterologie und hepatologie am universitätsspital zürich wird sich zwischendurch ganz kurz zu abmelden müssen wird aber wahrscheinlich gegen ende von der veranstaltung dann noch mal da sein für fragen und antworten gerhard stage is yours stefan vielen dank ich freue mich dass ich hier heute abend zu ihnen sprechen darf schon fast 130 teilnehmer das ist ja toll seit der vorteil von der elektronischen form aber trotzdem ist natürlich der persönliche kontakt schöner also wir befassen uns jetzt mit dem thema begleiterkrankungen und ich möchte in das thema damit einführen dass ich zunächst mal sagt im gegensatz zu dem was was ich sonst bei vorträgen gemacht habe ist es so dass die zusammenfassung von jeder einzelnen folie die ich so zeig dass die schon immer gleich auf der folie ist also nicht am ende gut wir haben bei chronisch entzündlichen darmerkrankungen natürlich hauptsächlich entzündung am darm aber nicht nur sie sehen hierfür morbus chronon colitis ulcerosa dass es eine ganze menge organe gibt die damit beteiligt sind mit entzündungen oder mit gallensteinen oder mit nierensteinen oder mit gelenksbeschwerden und so über den daumen gepeilt hat einer von zehn patienten entzündungen am auge einer von 20 im mund einer von acht an der haut oder an der leber einer von 50 an einer bauchspeicheldrüse und einer von drei auf den gelenken das heißt wir sollten nicht nur auf den darm achten sondern schon schauen dass diese begleitsymptome und komplikationen erkannt werden und sie haben gesehen einer von drei hat eben gelenksbeteiligung und da muss man dann unterscheiden es gibt zwei arten von gelenksbeteiligung es gibt zu einem typ 1 des akut sie sehen hier zum beispiel ein dickes knie auf diesem bild der limitiert sich aber selber dauert meistens fünf wochen sind weniger als fünf gelenke und mindestens ein großes gelenk knie schulter ellenbogen ist mit betroffen und es ist geht immer einher mit schüben vom darm von der darmentzündung und dieser typ zwei der symmetrische auf beiden seiten gleich eben erst unabhängig vom verlauf kann langdauernde symptome machen und das können lange dauern bis zu drei jahre und da muss man das natürlich richtig behandeln und wichtig ist keine einnahme der üblichen schmerzmittel die man sonst bei gelenksentzündungen einnimmt dazu gibt es von der ccs eine liste chronisch entzündlich darmerkrankung welche medikamente sind möglich und welche nicht den link habe ich ihnen unten einge einkopiert man kann tatsächlich schübe auslösen der darmentzündung dadurch dass man diese schmerzmittel einnimmt und ich finde es super und chronisch schweiz dass die schmerzmittel die verträglich sind in dieser liste sind und ihnen allen zugänglich sind dann habe ich über hautbegleiterkrankungen gesprochen und möchte hiervon von einer von unseren patienten besprechen 26 jährige patientin hat es seit vier jahren cholitis ulcerosa war seit monaten unter fünf amino salicylsäure ich habe hier mal die präparate aufgeführt ich weiß was er hatte sachs aber nicht in remission und dann traten aber an den schienbeinen und und an den und da war das so hautveränderung auf bläulich livide zuerst wie bläschen und die brachen dann nach einigen tagen auf und damit ging sie nicht zum gastroenterologen klar war an der haut die patientin dachte das hat ja ist eben eine hauterkrankung und sie ging zum hautarzt und der hat immer gewebsproben entnommen und jetzt muss man wirklich wissen bei einem von 20 patienten mit cholitis ulcerosa vielleicht sogar etwas mehr kann diese hauterkrankung auftreten die nennt sich pyrderma gangrenosum sieht manchmal so aus und hautärzte entnehmen dann gern gewebsproben aber die sind nicht eindeutig und man macht es damit schlimmer lokal behandeln mit kortison mit salben oder mit den lokalen immunsuppressiv um wie protopik oder systemisch immunsuppressiv behandeln aber keine proben entnahmen dies pyrderma wird dadurch schlimmer und wir sehen das immer wieder hier oben ist zum beispiel ist ein defekt dadurch auf dem oberen bild entstanden dadurch eben dass eine gewebsprobe genommen wurde dann ist glaube ich noch was ganz interessant stefan waffrecker als erstautor und viele kollegen auch pascal frei als letzter autor der jetzt hier mit dem auditorium ist wir haben untersucht wie häufig denn zahnprobleme bei patienten mit chronisch entzündlichen darmerkrankungen sind und sie sehen dass zahnfleisch entzündung ging gewidt ist und parodontitis tatsächlich häufiger ist bei patienten mit chronisch entzündlichen darmerkrankungen interessanterweise dann wenn der enddarm mit entzündet ist bei morbus chrom besonders häufig warum das so ist wissen wir nicht und damit zeigt sich dass zahnhygiene bei chronisch entzündlichen darmerkrankungen besonders wichtig ist was ich besonders häufig in zahnfleisch entzündungen bemerkbar macht und dann eben zahnfleisch wund der bis zum zahnausfall führen kann entzündungen im mund sind grundsätzlich nicht so selten diese aften die manchmal den ganzen gaumen hier oben betreffen können oder manchmal nur so kleine flecken sind die sind sehr schmerzhaft und sind bei einem von 20 vorhanden und wer unter solchen aften leidet er braucht dann einfach nicht nur therapie für den darm oder fürs ilium sondern braucht eine therapie die dem ganzen körper wirkt entzündungen am auge sind wenn man ganz genau nachguckt relativ häufig bei vier bis fünf von zehn patienten aber richtige entzündungen die die zur einschränkung der sehfähigkeit führen sind zum glück selten aber wenn man merkt dass sehstörungen auftreten dass ein flimmern vor den augen ist dass dass die augen wehtun oder dass das das sichtfeld grau wird und und so fäden durchs gesichtfeld wandern dann sollte man augen untersuchungen machen lassen bei diesen sehstörungen man kann es beheben man kann was tun und es kann eben eine begleiterkrankung vom morbus krone oder der colitis ulcerosa sein was man auch wissen sollte ist dass thrombosen und lungenembolien bei chronischen entzündlichen darmerkrankungen häufiger sind sie sehen hier eine untersuchung von 2004 cd 600 cd patienten ras rheumatoide arthritis also rheuma und psöliakie und die kontrollen waren 700 patienten und patienten mit cd haben 3,6 fache wahrscheinlichkeit dass er eine thrombose oder eine lungenembolie haben bei zöliakie einer anderen darmerkrankung oder bei der rheumatoiden arthritis bei einer anderen entzündlichen erkrankung ist es weniger als normal also thrombose vorsorge auch beim fliegen zum beispiel ist sehr wichtig bei lang strecken flügen beim langen sitzen mit abgeknickten beinen da muss man immer dran denken hat man ein erhöhtes thrombose risiko und das ist noch ein bisschen unterschiedlich zwischen morbus krone und colitis ulcerosa das thrombose risiko für beinvenenthrombosen beinvenenverschluss ist beim morbus krone doppelt so hoch wie bei der colitis ulcerosa und das risiko für die lungenembolie ist bei der colitis ulcerosa scheinbar ein bisschen größer aber das kommt daher dass früher wenn die patienten mit colitis die dickdarmentfernung gebraucht haben dass es da häufiger lungenembolien gab jetzt wissen wir dass die thrombose vorsorge notwendig und wichtig ist und deshalb kommt es wesentlich seltener vor als es früher der fall war aber auch jemand der aus dem bett steigen kann zwei tagen nach der operation vielleicht oder der nur wegen dem schub im spital ist und sagt ich bin doch mobil ich kann doch aufstehen thrombose prophylaxe ist auch für die wichtig die mobil sind eine ganz häufige begleiterkrankung ist die anämie die blutarmut und zwar ist es so dass tatsächlich die blutwerte die die anzeigen wieviel oder blutfarbstoff da ist dass die mit der krankheitsaktivität sehr gut korrelieren und blut wird braucht zur blutbildung braucht es eisen und wenn man natürlich im magen darm trakt durch die entzündung blut verliert oder verminderte eisenaufnahme beim morbus krone hat dann hat man zu wenig eisen chronische entzündung kann auch zur blutarmut führen dabei kommt es zur störung von von dem elpo dem dem dopinghormon der ratsportler erythropoietin macht halt rote blutkörperchen und die bildung wird gestört oder wenn man zum beispiel ein teil des dünndarms entfernt hat kann das vitamin b nicht mehr so gut aufgenommen werden oder acetyprien und 6mp können uns noch mal schädig was sind symptome das sind symptome die man doch häufig hat kopfschmerzen schwindel konzentrationsstörungen haarausfall ohrensausen rissige mundwinkel sind besonders typisch atemnot abgeschlagenheit schwäche müdigkeit und blasse haut und brüchige nägel die deuten alle auf den eisenmangel durch den blutverlust oder die verminderte eisenaufnahme hin und wenn man solche symptome hat sollte man eben das blutbild kontrollieren den eisenwert kontrollieren und gegebenenfalls eiseninfusionen machen keine eisentabletten weil die die darmentzündung verschlimmern können auch in der schwangerschaft keine eisentabletten sondern eiseninfusionen weil eben eisentabletten darmentzündung auslösen können eine andere begleiterkrankung die wichtig ist bei chronischen zündlichen darmerkrankungen ist eben die osteoporose oder osteopenie der mangel an knochenbäckchen die dann zu knochenbrüchen führen und da gibt es verschiedene risikofaktoren für die osteoporose und natürlich können wir an unserem lebensalter wenig machen und manchmal an dem gewicht dem auch nicht viel wenn es dadurch kommt dass der darmentzündung da ist aber an den anderen risikofaktoren am kalzium und vitamin d-mangel an der einnahme von kortison über längere zeit am bewegungsmangel und am rauchen da können wir natürlich durchaus was machen und diese risikofaktoren die die eben verstärkt zum knochenschwund bei chronischen zündlichen darmerkrankungen beitragen die können wir reduzieren wir sollten kortison nicht über längere zeit benutzen wir sollten sport machen wir sollten vitamin d und kalzium einnehmen auf jeden fall und das rauchen natürlich stoppen insbesondere natürlich bei morbus kron wo es noch die krankheitsaktivität verstärkt und dann ist es interessant das haben wir auch in der schweizer kohorte gezeigt da waren auch pascal frei jonas zeitz lipidermann stefan wafrika und ich also alle redner heute waren an dieser untersuchung beteiligt und da konnten wir zeigen dass bei fast acht prozent aller patienten mit krone und vier prozent aller patienten mit kollitis ulcerosa gallen stein steine gefunden werden jetzt woran liegt es normalerweise wird die galle von der leber in den gallengang ausgeschieden und wandert dann und wird dann wenn sie kein fett zum verdauen emulgiert wird die wieder im unteren dünndarm aufgenommen ins blut und wandert zur leber zurück und die zirkuliert vier bis zwölf mal an einem tag so durch den darm wieder zurück zur leber und geht wieder ins blut und jetzt ist es eben so wenn der darm entzündet ist dann passiert das nicht mehr und die galle schießt in den dickdarm und kann dort durchfall machen das ist das eine was schlechtes und das zweite was schlechtes ist dass dadurch dass die galle nicht mehr zur leber zurückfließt ist in der gallen flüssigkeit ein missverhältnis zwischen cholesterin und gallensäuren da und dann könnte kein das cholesterin eben zu kristallen werden und es bilden sich cholesterin steine also gallen steine und ein risikofaktor das sieht man da unten ist wenn surgery wenn eine op stattgefunden hat ist das risiko für gallen steine zweieinhalb mal höher also das zeigt dass die hypothese wie die entstehen richtig ist wenn man beschwerden hat kann man das gut hier im ultraschall nachweisen und die gallen steine kann man dann mit einer spiegelung zum beispiel aus den gallen gang entfernen hier sehen sie wie so ein körbchen in den gallen gang eingeführt wird wieder gallen stein in diesem draht körbchen gefangen wird und dann rausgeholt wird also gallen steine bei beschwerden rechtzeitig entfernen lassen bevor sie probleme machen und es sind eben wie gesagt chronisch entzündlichen darmerkrankungen gehäuft vorhanden wenn dieser galle kreislauf unterbrochen wird auch das risiko von nieren steinen ist etwas erhöht es trifft immer noch nur einen von 20 aber trotzdem mehr als wenn keine chronisch entzündliche darmerkrankung vorhanden ist und zwar sind es vor allen dingen die steine in der niere aus oxalsäure die oxalsäure steine und wie kommt es zustande es gibt wieder bestimmte risikofaktoren frauen sind weniger betroffen man ist mehr betroffen wenn man gleichzeitig schmerzmittel einnimmt und darm operationen machen das risiko höher und warum ist das so der dünndarmkron für zum beispiel zum verbleib vom fett im darm das fett kann nicht so gut aufgenommen werden es besteht eine eingeschränkte verdauung das fett das im darm bleibt das bindet kalzium kalzium bindet normalerweise aber oxalat und verhindert dass es aufgenommen und wenn das kalzium weil das nicht gut auf können weil das durchs fett gebunden wird das fett wird nicht gut aufgenommen also wenn das kalzium durchs fett im darm gebunden ist dann findet mehr oxalsäure aufnahme statt und dann gibt es eben diese oxalat steine und wie kann man es verhindern naja man kann manchmal darm operationen ja schlecht rückgängig machen und damit hat man einfach die erhöhte oxalsäure aufnahme also muss man häufig oder manchmal oxalsäure arme kost einnehmen und sie sehen schon da gibt es lebensmittel mit niedrigen gehalt mittleren gehalt oder hohen gehalt naja solche listen sind immer schwierig und in der heutigen zeit machen wir es uns einfacher es gibt die oxy pur app und da kann man dann gucken was man gerade mittag hat und dann gibt man das ein und dann weiß man sofort welche lebensmittel viel oxalsäure haben und welche wenig und kann damit sein risiko für nieren steine vermindern jetzt habe ich ihnen ein potpourri gegeben von wichtigen begleiter krankungen die auftreten immer wieder bei unseren patienten ich bedanke mich für ihre aufmerksamkeit und bin gern bereit fragen zu beantworten danke gerhard sind wirklich gute fragen reingekommen sind denn thrombosen risiken nur im schub vorhanden oder ist das ein generelles risiko ist die erste frage das risiko ist ja das risiko ist besonders hoch im schub aber es ist ein generell erhöhtes risiko das heißt auch wenn kein schub da ist und man sitzt lang im flieger und hat die beine abgeknickt ist das risiko grundsätzlich erhöht im schub es ist bis achtfach erhöht im vergleich zu jemand der keine chronisch entzündliche darmerkrankung hat wenn man keinen schub hat dann ist es zweieinhalb fach erhöhtes risiko also auch ohne entzündung ist es immer noch gut korin fragt nach alternativen zu kortison ich würde vorschlagen dass wir mit der frage warten bis pascal frei seinen vortrag hat warum können eisentabletten einen schub auslösen gerhard also das eisen liegt wenn es als tablette geben wird in der verbindung vor die einfach lokal äußerlich zur veränderung von der mobilität führt und die darmzellen reizen kann das ist der hintergrund passiert nicht bei jedem aber bei manchen kann es passieren und wenn eisen aber in den zellen drin ist dann ist es erstaunlicherweise antientzündlich also wenn es über die blutbahn kommt dann ist es nützlich und reduziertes entzündungsrisiko wenn es über den darm kommt ist es eher ungünstig und wir sehen schon bei vielen von unseren patienten die gerade mal schwanger werden und dann von den gynäkologen pauschal ihr elevit kriegen das enthält 60 milligramm eisen dass dann beschwerden auftreten und die darmentzündung sich verschlechtert gut dann lassen wir dich jetzt springen viel glück